Ja, meine lieben Freunde, heute stelle ich euch eine ganz besondere Person vor. Besser bekannt unter dem Namen Björn Banane oder höchstwahrscheinlich komplett unter dem Namen Björn Banane. Deutschlandweit nicht nur bekannt, sondern halt eben auch auf Mallorca, wie ich gehört habe. Björn, magst du dich kurz ein bisschen vorstellen? Ja, liebe Lil, hallo. Du hast das ja auch schon sehr schön ausgeführt. Gut, auch Mallorca bin ich, glaube ich, nicht bekannt. Ich habe da mal ansatzweise während einer Saison da mal im Bierkönig gespielt und in Krümels Stadel. Ich möchte aber darüber gar nicht so viel mehr sprechen, denn das war einfach ein Hobby neben meinem Haupterwerb als Eventveranstalter und DJ, was ich mehr als zwei Jahrzehnte machte. Ja, und dann kam eben eine sehr fragwürdige Zeit, die einen neuen Björn entstehen lassen hat und der Name war Blee eben dann trotzdem, nachdem Bodo Schiffmann ihn entdeckt hat. Und so bin ich bis heute Björn Banane geblieben, denn die Wurzeln kommen halt aus diesem eher albernen Ballermann-Sektor als Partysänger. Aber die Musik ist schon lange kein Party mehr, es sind kritische Inhalte. Die rote Liste, der neue Rechtsstaat, Hausdurchsuchung oder Du bist mein Sohn sind alles Songs, die eine klare politische Message oder eine Kritik beinhalten. Ja, und seit mehr als drei Jahren bin ich jetzt auf der Straße, fast vier Jahre und habe um die 600 Demonstrationen besucht und bin Vater, Aktivist, Musiker. Ich versuche aber auch wie du rasender Reporter zu sein und irgendwie Redaktionen zu machen. Ja, und das tut zurzeit mein Alltag umschreiben. Ja, du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, richtig? Richtig, Björn Banane. Wie heißt der? Björn Banane? Ja. Okay, wie lange hast du den Kanal schon? Ich habe den, glaube ich, schon ein, zwei Jahre, aber dass ich ihn aktiv pflege, das ist erst seit einigen Monaten. Und toi, 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 bin so irgendwie von tausend Abonnenten, die ich am Anfang hatte, wo ich, wie gesagt, da alle drei Monate ein Video hochgeladen habe, ich habe jetzt auf 21.000 Abonnenten jetzt geklettert und freue mich sehr und danke, dass so viel Zuspruch und Interesse entsteht an meiner Arbeit. Ja, das heißt, du bist, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, erst seit dreieinhalb Jahren weg, so von dieser Party-Event-Geschichte, mehr hin zu Demonstrationen. Und du trittst halt eben auch bei Demonstrationen auf. Ja. Das hat nicht zufällig was mit Corona zu tun, oder? Oh, ja, ausschließlich hat es damit was zu tun. Ja. Leider eine politische Geschichte. Kannst du da uns was zu erzählen? Wie ist dein Werdegang? Ja, mein Werdegang ist der, dass ich schweres allergisches Asthma habe und dass ich, im Gegensatz zu vielen klugen Menschen, diesen wahnsinnigen, wie drücke ich es denn aus, damit wir auch nicht zensiert werden, damit, dass ich diese, diese Manipulation nicht gleich verstanden habe, die auf die Menschen einwirkte und dass ich... Ah, okay. Das heißt, du warst am Anfang gar nicht so kritisch? Nein, überhaupt nicht. Ich war eher wütend geworden, wenn ein Jogger mir zu nah im Park an mir vorbeigelaufen ist. Aber dieser Zustand oder auch, dass ich meine Frau gebeten habe, dass sie eine Maske tragen soll, wenn sie einkaufen geht. Ja, das sind so die ersten sechs Wochen vom Frühjahr 2020 gewesen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, hey, ich habe ein Netzwerk bei Facebook von 5000 Freunden, bundesweit verteilt, keine Todesmeldung, kein erstickter Papa oder Mama, kein Schicksalsschlag. Dazu eben dann immer mehr, dass eben die mediale Berichterstattung nicht zu meinen draußen wahrgenommenen Bildern passte. Ja, und dann kam auch noch diese Bustour von Dr. Bodo Schiffmann, die bei mir aufloggte auf Facebook, die ich dann auch anfing zu verfolgen. Und dann kam der Hammerschlag, dass ich die erste Lockdown-kritische Demonstration einfach als Unternehmer mal besuchen wollte. Und da änderte sich alles in meinem Leben. Denn ich habe einfach gedacht, gucke ich doch mal, was da für Kritiker sind, was für Menschen das so sind, die möglicherweise wegen ihrer Selbstständigkeit diese Maßnahmen kritisieren. Ja, und da kam ein Polizeitransporter, so eine sogenannte Wanne, vorgefahren. Da stiegen einige junge Männer mit Helm und Knüppeln aus und prügelten wahllos auf ältere Menschen ein, die auch meine Großeltern oder Eltern hätten sein können, die dann in ihren Blutlachen lagen vor meinen Augen. Und da war dann auf einmal nichts mehr mit Bier, Bier, Birgit, bring mir noch ein Bier mit. Da hatte ich auf einmal keinen Sinn mehr für Partysongs. Ich bin nach Hause gekommen und habe zu meiner Frau gesagt, ab jetzt wird hier niemand mehr eine Maske tragen. Ab jetzt wird hier alles hinterfragt. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe so gut nicht aufgepasst wie andere in der Schule. Aber ich erinnere mich an den Geschichtsunterricht, wo man immer wieder gepredigt bekommt, wenn die Polizei bzw. die Staatsgewalt gewaltsam gegen friedliche Menschen vorgeht, dann ist immer etwas Autokratisches, etwas Diktatorisches im Hintergrund. Und ich war in diesem Moment überzeugt davon, dass hier niemand meine Gesundheit schützen möchte. Und von da an hat sich der Weg so aufgetan. Ja. Hat deine Frau das sofort verstanden? Sofort. Sofort. Meine Frau vertraut mir. Sie weiß, dass ich zwar ein Spinner bin, aber ein sehr zuverlässiger Spinner, der das Wort Loyalität weiß, was das bedeutet. Und hat das nicht angezweifelt, was ich gesagt habe. Und wir fingen dann an, uns selber zu informieren, beide. Und haben dann immer mehr diesen Aufwachmoment gehabt, den jetzt vermutlich auch noch Menschen nach fast vier Jahren erleben. Der hat bei uns, danke lieber Gott, ebenso irgendeine Zeitspanne zwischen vier und sechs Wochen gedauert. In diesen vier bis sechs Wochen war ich in dieser Position, wie ich heute einen Corona-Nazi bezeichnen würde. Ich wollte wirklich Abstand halten. Ich hatte einfach große Angst, weil bis dahin in meinem kleinen Mainstream-Leben mit Partygesang und Spaß einfach meine Welt funktioniert. Ich habe natürlich gewusst, diese Migrationswelle von 2015, alles sehr bedenklich. Aber ich war einfach nicht bereit, meinen Fokus dieser Sache so zu widmen. Ich habe gedacht, so wie bis heute immer noch viele Menschen denken, naja, ich kann es aber doch von hier aus jetzt auch nicht ändern, was die Frau Merkel da entscheidet. Und von da an ändert es sich, wie gesagt, alles, weil ich bin ein totaler Gerechtigkeitsfanatiker. Und ich war davon überzeugt, wenn ich solche Videos auf meinem Smartphone habe bald, die Polizisten auf friedliche Menschen losgehen, dann werden all meine lieben Menschen um mich rum, die tollen Geschäftspartner, Freunde und Familie, die werden völlig ausflippen und werden nächste Woche alle in der deutschen Hauptstadt sein und werden mit mir gemeinsam diese korrupten, für mich Verbrecher, aus ihren Ämtern holen. Und das Gegenteil passierte leider. Das Gegenteil passierte. Von 500 Handykontakten hatte ich noch 30 nach meinem ersten Status. Oh. Das heißt, die anderen haben sich alle abgewandt. Oder ich habe sie auch gelöscht, muss man fair sagen, weil ich einfach so negative Rückmeldungen bekommen habe, dass ich dann nicht mehr diesen Kontakt haben wollte in meinem Telefon. Also das heißt, für dich hat auch die Spaltung richtig gut funktioniert. Ich habe sofort begonnen. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen so leicht manipulierbar sind. Ja, scheinbar doch. Darf ich fragen, bist du in der Ehemann DDR groß geworden? Ja. Ah, okay. Wenn man groß geworden sagen kann, ich bin acht gewesen, wo die Wende war. Okay. Ich habe eine starke Erinnerung daran und glaube trotzdem, dass ich einiges mitbekommen habe. Ich bin mit meiner Schwester auch noch auf Demonstrationen gewesen in der DDR und wir wussten nicht mal, für was wir da demonstrieren und sind trotzdem als Kinder mit Kerzen zu den Montagsspaziergängen mit durch die Stadt gelaufen. Und diese Bilder habe ich bis heute noch in Erinnerung, obwohl ich bestimmt zu dieser Zeit noch nicht verstanden habe, warum ich da mit einer Kerze unterwegs bin. Als es mit Corona losging, warst du da schon Vater? Du hast ja einen Sohn, ne? Ja, der ist 2019 geboren. Ah, okay. Und der ist genau toi, toi, toi ein Jahr vor dieser Katastrophe noch geboren, sodass ich da noch ganz normal alles als Vater miterleben durfte, so wie es dann später leider nicht mehr ging. Das heißt, als es mit Corona losging, sag ich jetzt mal 21, 22, war der da schon im Kindergartenalter? Der ist 19 geboren. Ja, war er eigentlich im Kindergarten. Ja, war er. Und er ist auch in den Kindergarten gegangen? Mhm. Ja, wir haben den dann allerdings 2020 von Berlin nach Brandenburg gezogen. Ja. Und er ist da noch in den Kindergarten gegangen. Ich würde sagen, dass das Bundesland Brandenburg trotzdem softer war von den Maßnahmen als die schöne, schöne, schöne Stadt Berlin. Ja. Und aus diesem Grund war da erstmal der Umzug ganz vorteilhaft. Es ging dann aber, wenn man das in Zeitschablonen darstellt, soweit, dass ich irgendwann auch zum politisch Verfolgten wurde und tatsächlich dann auch den Kindergarten nicht mehr meinen Sohn besuchen ließ, weil wir tatsächlich eine für uns gesehene Flucht vorgenommen haben. Wir haben meine Frau ihre Riester-Rente aufgelöst, haben uns einen Wohnwagen gekauft und sind nach Montenegro bis auf weiteres ausgewandert. Und das hat sieben Monate angedauert. Ja. Ganz einfach, weil ein guter Freund von mir zwei wirklich schwer zu ertragende Hausdurchsuchungen erleben musste, weil Maskenatteste gesichert werden mussten. Und das haben seine drei Kleinkinder zu dieser Zeit miterlebt, wie halt bewaffnete Männer die Wohnung stürmen mit gesichert, gesichert, ja, safe in alle Räume, ihn traumatisiert haben zweimal. Und das war halt der Moment, wo ich dann zu meiner Frau gesagt habe, ich bin jetzt auf dieser, ich bin der Auffassung, dass die Impfpflicht nicht mehr abzuwenden gehen wird. Und ich gehe davon aus, dass alle Kritiker ins Gefängnis kommen. Ich war tatsächlich im September 2021 soweit, nachdem ich wirklich schon viele, viele Demonstrationen bundesweit besucht hatte und auch erste Songs schon veröffentlicht hatte als Björn-Banane, kritische Musik, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich möchte jetzt einfach das von außen beobachten, weil ich Angst habe, dass es hier sonst für uns ganz, ganz eng wird. Also das heißt, du warst jetzt nicht nur ein Teilnehmer bei Demonstrationen, so wie ich ja jetzt zum Beispiel auch, sondern du bist scheinbar, du hattest berechtigte Angst, dass du den Behörden in irgendeiner Weise schon aufgefallen bist und du damit rechnen konntest, dass eventuell solche unsäglichen Hausdurchsuchen bei dir auch durchgeführt werden könnten. Das ist etwas untertrieben, aber dafür muss ich eine kurze Vorgeschichte erzählen. Ich habe halt diesen Doktor Bodo Schiffmann, Ralf Ludwig, Samuel Eckert und Wolfgang Greulich auf der Bustour kennengelernt und konnte sie sogar, wenn man das so will, retten. So drückt Schiffmann zumindest in seinem Buch aus, weil ich sie halt eskortiert habe von Brandenburger Wald mitten in der Nacht oder am späten Abend nach Speri. Die Geschichte, ja. Der Busfahrer nicht mehr einreisen durfte oder wollte, weil er Angst hatte um seine Lizenz, um seinen Busführerschein. Und danach ist es halt so, dass ich danach den ersten Song kurz darauf veröffentlichte, der hieß Die Wahrheit. Und den habe ich aus Interesse einfach mal Dr. Bodo Schiffmann geschickt. Und der hat den an diesen Abend, wo er ihn bekommen hat, ist der völlig ausgerastet, fand den so toll und hat den sofort bei Bittel TV, bei Ralf Ludwig, bei sich auf dem Kanal mit so derzeit 160.000 Abonnenten praktisch präsentiert auf meine Erlaubnis hin. Und da hieß es auch, das ist Björn Banane, sonst hätte ich vielleicht auch für politisches Statement mich für meinen bürgerlichen Namen Björn Winter entschieden. Und danach war der Drops gelutscht. Danach hat man mich auf jeder Demonstration deutschlandweit erkannt, ah, da ist ja Björn Banane. Und so war der Name definitiv nicht mehr zu radieren aus meiner Ballermann- oder partyoberflächlichen Vergangenheit. Ja, und daraufhin ist es auch so, dass ich dann Anfragen bekam, ob ich nicht mal auch auf einer Demo singen möchte. Und daraufhin gab es dann sehr, sehr schnell Strafbefehle, Anzeigen wegen irgendwelcher ausgedachter Delikte, die alle bis zum heutigen Tag eingestellt worden sind mit guten Anwälten. Es konnte sich nichts von meinen ganzen Straftaten, die mir vorgeworfen wurden von Widerstand, von Verstreckungsbeamten, Hausfriedensbruch, Volksverhetzungen viermal. Ja, das Infektionsschutzgesetz ganz oft. Es konnte sich nichts bestätigen vor Gericht bis heute. Und trotzdem hatte ich halt diese ganzen Strafbefehle und hatte so einen Aktenordner davon, stand bis zum heutigen Tag mehr als 20 Mal vor Gericht in den letzten Jahren. Ja, und das hat mir große Sorge gemacht, weil wenn man jeden zweiten Tag einen gelben Brief im Briefkasten hat und hat aber keine Existenz mehr, weil die ist nebenbei weggeflogen, dann macht einen das irgendwann auch stutzig und Angst. Und das ist dann passiert mit mir. Und dann seid ihr nach Montenegro? Wir sind dann erstmal mit Arne Schmidt, dem Pianisten, den man auch kennt aus der Bewegung. Erstmal gemeinsam ich mit meiner kleinen Familie und er mit seinem Wohnwagen, gemeinsam Richtung Ungarn, Kroatien und dann nach Montenegro und haben dann irgendwann Boris Reitschuster auch kennengelernt. Und dort mal... Der ist, glaube ich, noch in... Der ist in Budweig, genau. Und darf ich fragen, warum seid ihr dann doch wieder zurückgekommen? Weil mein Anwalt, der ein Teufelskerl ist, den ich auch unglaublich dankbar bin, mich aber einfach ganz klar und einfach erpresst hat. Mein Anwalt, der hat die ganzen Strafbefehle beantwortet, die ganzen Gerichtsunterlagen bei sich gehabt. Ein Freund hat hier regelmäßig meinen Briefkasten geleert und hat das alles weitergeleitet. Und der hat gesagt, du Björn, hör zu, ich mache seit 25 Jahren Strafrecht. Ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du ins Gefängnis kommst. Das hat mich total beruhigt, unwahrscheinlich. Und ich erwarte, dass du hier deinem Mann stehst. Ich mache sowas nicht hier mit... Wie heißt das? Posttraumatische Reisestörung oder irgend sowas. Er hat gesagt, ich blamiere mich da vor den Richtern. Ich kenne die alle seit vielen Jahren, weil ich ja im Amtsgericht ständig bin in Berlin. Und ich weiß genau, wie ich mit denen zu reden habe. Aber wenn ich jemanden habe, der mit 42 Jahren oder 40, wie ich zu der Zeit war, sich nicht traut, von Montenegro herzukommen, dann ist gleich die Glaubwürdigkeit so ein bisschen am Wackeln. Er hat gesagt, wenn ich es machen soll, bist du an diesen Tagen hier und kümmerst dich drum. Von mir aus Fahrt danach wieder nach Montenegro. Aber bitte mach es so, sonst vertrete ich dich nicht. Und da ich mir auch keinen anderen Anwalt leisten konnte und auch sehr überzeugt bin von meinem, haben wir die Rückreise auf Option angetreten. Das heißt, wir sind einfach zurückgefahren und haben gedacht, ich mache zwei, drei Gerichtsprozesse und dann ab geht es wieder zurück nach Montenegro. Und das war im April 2022. Und plötzlich kam ich in ein anderes Land zurück, als ich gefahren bin. Plötzlich hat sich die Polizei nicht mehr für mich interessiert auf irgendwelchen Demos. Ich bin auch gleich auf eine Demo gegangen in Landau in der Pfalz. Und die Polizei, da gab es keine Maskenpflicht mehr. Diese Hubschrauberabstände, diese ganze Gängelei, die gab es da plötzlich nicht mehr. Und die haben sich nicht mal nach mir umgedreht. Und du musst dir vorstellen, vorher war meine Realität, egal ob ich nach Passau kam oder nach Nürnberg oder oben im Norden bin, sobald ich aus dem Auto ausgestiegen bin, war ich eine Polizeimaßnahme, die manchmal zwei bis drei Stunden gedauert hat. Aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, das Masken... Ich habe das einkassiert. Nicht. Man hat dafür gesorgt, dass ich nie auf einer Bühne groß aufgetaucht bin. Sehr oft. Und das war für mich schon so ein erster Kulturschock, dass die Polizei auf einmal sichtlich nicht mehr interessiert war an mir. Und das hat sich dann so gelegt, dass ich nach diesem Gerichtsverfahren dann einfach... immer wieder erst mal hier geblieben bin. Und das dauert bis heute an. Und ich muss dir sagen, es ist auch nie so, als ob man zu Hause ist. Egal, wie schön die Adria ist und die hohen Berge und Montenegro ist ein wunderschönes Land. Hier ist unser Zuhause und ich habe immer wieder Heimweh auch gehabt. Obwohl ich meine Familie im Gegensatz zu meiner guten Freundin Dr. Carola Javid-Gistl bei mir hatte, meine lieben ganz engen Kreis um mich hatte, ist es trotzdem so, du lebst da in einer Ferienwohnung mit Schimmelpilzproblemen, weil da eben keine Fachkräfte sind, die so eine Wohnung oder so ein Haus gut abschirmen können. Du kannst kein privates Bild von dir aufhängen. Du bist nie wirklich angekommen. Und das ist dann in Urlaub. Ich bin zumindest so, ich möchte auch nach zwei Wochen, egal wie schön es irgendwo ist, ich habe mich immer wieder gefreut, auch nach Hause zu kommen. Und die vier Wochen haben einfach nie geendet. Und sieben Monate war verdammt lang. Das ist lange Zeit. Das ist lange Zeit. Jetzt sind wir seitdem wieder hier. Okay. Und du bist nach wie vor halt eben jetzt, also ich sage mal, deinen Lebensunterhalt bestreitest du durch den Verkauf deiner Musik. Ich bin vorhin mal auf deiner Seite gewesen. Du hast da ja einiges auch, wo man reinhören kann. Also Tipp an euch, ich werde es noch einblenden. Deine Webseite, wo man halt eben die Musik halt eben auch kaufen kann oder auch mal reinhören kann. Lohnt sich wirklich. Ist das, sage ich mal, kommt das bei den Leuten an oder sind die Leute auf den Demonstrationen, die sagen, ach ja, ist ein nettes Begleitthema, aber wir hören eigentlich nicht so wirklich zu. Wie ist so dein Empfinden von Seiten der Zuschauer? Die Reaktion? Mega. Mega. Das hält mich am Leben, Lil. Das ist die Reflexion meiner Seele. Deswegen bin ich auf fast, auf näher als 600 Demonstrationen gewesen. Ich habe ein extrem gutes Feedback und eine Rückmeldung. Die Menschen umarmen mich. Die Menschen feiern mich, wenn man das als feiern bezeichnen kann, sie werden das, was ich tue, um hier die Wahrheit aufzuzeigen. Und das gibt mir Kraft und treibt mich an, weil, wie man ja hört, bin ich in meinem vorigen Leben schon Entertainer gewesen als DJ oder habe mich auf Bühnen gestellt und Menschen, die so eine Charaktereigenschaft haben, die brauchen irgendwie auch dieses Feedback, diese Rückmeldung. Ja, ein gewisser nicht krankhafter Narzissmus steckt in jedem Entertainer, glaube ich. Und mir tut es gut, gelobt zu werden. Und ich freue mich darüber. Und wenn die Leute dann sagen, komm, ich möchte auch eine CD kaufen, einfach um das zu wertschätzen, dass du dich vor NTV Welt in Live-Interviews da vorgestellt hast und die Moderatorin zum Stottern gebracht hast, das alles möchte ich hier mit wertschätzen. Und mein Olaf Scholz habe ich schon vorgeführt und habe ihn auf die Impfschäden angesprochen oder Michael Kretschmer in Sachsen. Es war viel, viel, was einfach passiert ist, was ich aus Herz Überzeugung getan habe. Und ich glaube, dass die Leute das als Gesamtpaket, oder zumindest ich weiß es, ich glaube es nicht, ich spüre es ja jedes Mal, dass die Menschen das wertschätzen und dass die Menschen mich dadurch auch irgendwie überleben lassen. Ich bin jetzt nicht, dass ich hier ein Geschäft habe, was zu vergleichen ist mit der Zeit davor. Das überhaupt nicht. Bin nicht in der Lage, mir einen Skiurlaub zu leisten oder jetzt irgendwie Larry zu machen oder mir einfach ein neues Auto vor die Tür zu stellen. Das nicht. Aber toi, 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 ich überlebe und schaffe mein tägliches Leben zu finanzieren. Ja, meine lieben Freunde, das war der erste Teil. Den könnt ihr hier sehen auf dem Kanal von Björn Banane bei YouTube. Und das, was er für die Zukunft noch vorhat, das gucken wir uns mal an im Teil 2 und was Wikipedia und überhaupt die Medien so über Björn Banane sagen, das erfahrt ihr im Teil 2 meinem Kanal Warum.Kritisch. Du hast einen Impfschaden. Du hast einen Impfschaden. Du hast einen Impfschaden. Du hast einen Impfschal 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 Du hast einen Impfschal